Was ist denn das? Ein Standardzimmer oder? Mit mehr Blick. Superschön, Minibar. Der Balkon ist aber sehr breit. Da dürfen keine dicke Leute drauf. Du kannst ja die Terrasse wieder sehen. Wie gesagt, das ist klein. Der Balkon ist aber nicht so groß. Ich habe die Untertitelung. Bist du noch ein? Der Balkon ist aber nicht so groß.